wunderschönen guten morgen liebe leute fantastischer sonnenaufgangsspaziergang hier am strand keine motorgeräusche nicht das einzige was du hier hörst sind naturgeräusche doch ich werde irgendwo ein boot hinten am horizont so angenehm über den strand zu laufen sonnenuntergang gestern auf dieser seite sonnenaufgang auf dieser seite durch die ganzen boote durch es sieht so schön aus während er dann hier so am strand entlang schlendert 50 meter weiter ist jan das haus ich dachte gerade das wäre jana gewesen ich glaube jana hat das haus vermietet ich winke und gehe so offensichtlich hin oder so eine andere person aber die fischer schon am start sortieren gerade ihre netze die gockel laufen hier alle frei am strand rum schaut euch mal bitte an wie glasklar das wasser hier ist guten morgen jana das nicht ich bin gerade so selbstverständlich zu deiner butze hin ich dachte du sitzt da gucke ich und auf einmal winkt die person so und ich bin dann so zurück und ich dachte das wärst du ich gehe hin und dann kurz bevor ich dann bei hier vom zaun angekommen wenn ich so moment das ist ja gar nicht ja ganz wiese situation hier ist noch mal den berg hoch schaut diesen wunderschönen baum an zeige ich jedes mal ich liebe ihn einfach es ist verrückt ist die pferde koppel werden heute noch ein beachwalk machen mit den fährdys auch cool die haben hier die treppe neu gemacht guck mal einer yogaschaller schaut mal das letzte mal bin ich hier noch halb durchs gebüsch gelaufen morgen yogaschaller bock auf eine morgendliche yogaschaller richtig schön 180 grad panorama view kurz in die hosen gekackt raschelt im gebüsch und mich springt hier etwas halb an ziege die hat sich erschrocken dass ich hier hochkomme zur frühen schöne guten morgen schönes ding zu oben an der spitze angekommen ich glaube hier oben hat man einen wunderbaren 360 grad ausblick über meine frisur alter bro wie siehst du denn aus wo geht es lang da geht es lang ok kleine muschel hier oben ist zwar schon 7 20 aber lass die drohne trotzdem noch mal steigen geil richtiger drohnen startplatz hier wunderschönen guten morgen hast du hier draußen geschlafen amila pendner hier wildschwein gejagt genauso bin ich aufgewachsen auf dem dorf 300 einwohner hinter unserem gartenzaun direkt pferde koppel das ist echt cool ich glaube jana ist genau da guten appetit blueberry pancakes frucht joghurt essen war vorzüglich trotzdem ist sabibo nicht ganz so glücklich was passiert schatz ich bin jetzt gerade richtig glücklich weil siehe da ich habe eine eimer beziehungsweise eine schüssel mit eiswasser bekommen weil meine beine bzw meine füße so krass angeschwollen sind wasser hat sich eingelagert wahrscheinlich die fahrt von gestern hierher dann ist mir heute einfach die ganze zeit warm ich hab voll die hitzeballungen katastrophe freund ich weiß nicht wer von euch in der schwangerschaft hatte auch wassereinlagerungen habt ihr irgendwelche tipps schreibt sehr gerne in die kommentare ich hatte jetzt gelesen kalt warm wechselduschen apfelessig soll gut sein die beine hochlegen bewegung also auf jeden fall müssen wir gleich noch ein bisschen spazieren gehen aber gerade sehe ich mich nicht spazieren eigentlich wollten wir spazieren gehen mit den pferdes die übrigens hier gerade so wunderschön während wir gefrühstückt haben bei uns auf der wiese waren proxy fidel emily wo seid ihr seid ihr schon fast drei wochen hier und habt euch immer noch nicht an unseren rhythmus angepasst es war neun uhr frühstück verabredet zehn uhr wollten wir den spaziergang mit den pferden machen und um elf uhr wollten wir schnorcheln gehen das gute ist dass dadurch dass wir so lange hier im restaurant sind habe ich einfach doppelt so viel frühstück schon gegessen weil ich einfach noch mal bestellt habe und dann fragst du dich warum deine füße anschwellen mila wohin geht es jetzt die pferden die warten schon da drüben wir haben gerade richtig lecker gefrühstückt und jetzt gehen ein bisschen spazieren und dürfen eventuell ein paar pferde füttern wir haben auch gerade schon geübt wie man das macht mit dem füttern da musst du nämlich die hand ganz gerade halten damit sie nicht in die hand knabbern können also ich finde es ja so krass wir waren das letzte mal vor eineinhalb jahren hier und da war teo gerade geboren jetzt ist er einfach schon eineinhalb jahre wahrscheinlich weil da war ja drei wochen alt und guck mal wie cool sie trainiert ihn ja und er wenn sie geht läuft er wenn sie rückwärts geht geht er rückwärts jetzt richtig drauf guck mal da kommt schon teo last time when we were here he was three weeks old he was just boy er bitte wie krass sieht das aus wir sind hier einfach im paradies da kommt womöglich der beste papa und ehemann aller zeiten hallo 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 ne freunde aber es ist so heiß die füße verbrennen einfach egal wo wir hingucken Leute, richtig geil. Der Luciano, der der Inhaber von der Ecolodge ist, der nehme ich mit auf einen kleinen Trip. Ich habe hier schon gerade meine Schnorchelsachen eingepackt. Ich sehe gerade, er hat sich sogar ein Tank ready gemacht. Crazy. Die wollen Korallen neu pflanzen. Das habe ich so in der Form noch nie gehört. Man weiß ja, durch Tourismus, durch ein erhöhtes Aufkommen von Algen, wärmere Wassertemperaturen, das passiert ganz schnell, dass die Korallen hier kaputt gehen. Und wir werden jetzt partiell Teile, die scheinbar noch leben, das wird er mir gleich zeigen, abknipsen. Und dann hat er jetzt ein Fundament gesetzt mit so einem Gitter, wo er die neu pflanzen wird. Ich kann mir das alles noch gar nicht so richtig vorstellen, aber wir schauen uns das mal an. Entspannungsspaziergang um die Insel. So eine Tradition, dass wir hier beim Spaziergang immer eine richtig geile Muschel suchen. Du kannst nicht mehr laufen. Sollen wir dich dann morgen abholen? Und dadurch, dass Sabibu jetzt nicht so weit laufen konnte, sind wir direkt hier an dem ersten Felsen schon umgekehrt. Und Mila ist halt auch schon Game Over. Jetzt hatten wir nicht so wirklich Chancen. Jetzt haben wir noch den Rückwegzeit, was Saftiges zu finden. Hier sind richtig viele krasse Muscheln, aber wir brauchen eine saftige. Was hast du da? What is that? Is this a Kokosnuss? Nimmst du die mit? Bisschen schwer, oder? Nein. Wenn du die selber trägst, ist es okay. Komm, eine Saftberger Parademuschel muss doch hier noch am Start sein. Was haben wir hier? Die sieht ganz cool aus. Aber ist das ein Saftberger Prachtexemplar? I don't know. Unfassbar. Nobody here. Ja, was soll ich sagen? Ausbeute eher mager. Ich glaube, wir müssen eine von Lianas mitnehmen. Alter, guckt euch mal an, wie groß die ist. Oder solch eine hier. Oder diese Nautilus hier. Wow! Wie schön ist das hier bitte? Krass!